Vierte Rennen, noch kurz hinterher, Manne Zwiener mit Degar. Manne, ich hatte eine hohe Meinung. Ich habe immer schöne Rennen gesehen mit Jürgen Westholmen und du hattest auch immer eine hohe Meinung. Ist er denn überhaupt schon mal glattgegangen mit ihm? Nee, es ist nicht glattgegangen. Das Problem ist, wie bei ihm, was man vorher nicht wusste, ich habe den in Döl Waller auch gesehen, er ist linksrum einfach zwei, drei Kassen gesessen. Er hat ein Problem, rechtsrum, und das haben wir ja nicht vorher gewusst. Wir haben ihn in Döl Waller gesehen, linksrum, also wenn er jetzt linksrum arbeitet, geht der wieder binnen. Ich bin immer neben den Halschwerig oder ich leser, sieht den Arbeitsrat, dann fragt er, wie geht der in die Arbeit? Ich war ja leider linksrum. Jetzt haben wir viele Probleme mit dem Spiel geübt, und eigentlich ist es jetzt besser geworden, rechtsrum, und er geht in der Arbeit mit Herrn Fronte. Die Pause hat ihn auch gut getan, und in den letzten Start, wo er des Rot war, sollte man eh nicht anklären, er wurde am Start behindert. Aber jetzt mit den ganzen des Roten Formen bin ich natürlich heute erst mal drauf aus, eine vernünftige Trappland-Form zu kriegen. Aber er geht wirklich nicht leichter, er geht viel besser, wie die Fronte sagt. Dann ab schon nach Hamburg, oder? Ja, das Problem ist, man hat ja keinen festgeguckt, um auf Weisung zu gehen. Aber jetzt, das Gute ist, er ist ein Franzose, und jetzt kommen wir in Polen, Warschau, ist eine riesengroße Linksrum-Bahn, Gras-Bahn, die fangen in vier Wochen an, und da ist er bestimmt bestens da aufgeregt. Danke, Mann. Okay. Danke. Danke.